hallo und herzlich willkommen hier zu den chaos aussies mit mir dem robert es ist wieder soweit single player samstag max paint 2 in der letzten folge habt ihr erlebt wie ich versuche mit hilfe von italienern zu winnie kognitti durchzukommen einem gangster eine möchte gern gangster der captain baseball bad boy gerne mag und der in so einem kostüm jetzt steckt rein zufällig hat seien allerbester freund der russe vladimir lem ihnen eine bombe eine bombe in diesem kostüm gesteckt gesteckt und wir müssen ihnen jetzt dabei helfen diese bombe wieder runter zu wegzunehmen ja mal gucken ob das funktioniert ich bin feigling siehst du das kann doch nicht sein doch Wir müssen los, Payne. Oh Mann, Payne. Das ist noch mehr von denen. Sie kommen über die Mauer. Bringen Sie mich hier raus. Hörgir, hörgir, ihr Faschnade, ihr geht los. Hörgir, hörgir, hörgir. Das passiert, wenn man sich mit Max Payne anlegt. Hörgir, hörgir. Ich gehe jetzt, Payne. Alter. Mann. Gangster bewachen, es gibt keinen schöneren Beruf. Ein Nebenhobby von mir. Noch mehr von denen, Payne, legen Sie sie um. Halten Sie sie mir vom Leib. Hier lang, Payne. Hier kommen wir nicht durch. Ab durch die Hintertür. Oh, sehr schön. Oh, scheiße, scheiße. Ich passe nicht durch. Ich passe nicht durch. Die Bombe geht gleich hoch. Was jetzt, Payne? Was jetzt? Denk nach, Winnie. Okay, okay. Wir gehen zurück durch die Halle bis zum Aufzug zu meiner Wohnung. Da kommen wir raus. Gehen wir, Payne? Ja, ist klar. Gehen wir, Payne. Erledigen Sie sie, Payne. Hörgen Sie mich. Wir müssen zum Aufzug. Los geht's, Payne. Los geht's. Mann, ist der Typ schwierig, ey. Komm, beweg dich. Winnie, beweg dich. Beeilung, Payne. Die legen mich hier sonst um. Ja, mach hin, die los. Lauf zu labern, mach mal hin, ey. Los doch, los doch. Ich kann nicht ewig warten, Payne. Ich muss hier raus. Beeilung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich geh hin los. Zu spät, Payne. Ich gehe. Nehmen Sie die Treppe. Gib mir den. Goddam. Ich krieg noch einen scheiß Herzinfarkt. Ich freu, ich freu. Vorsicht. Halten wir sie auf. Eine einzige Kugel könnte die Bombe auslösen. Augen auf. Kommt raus, kommt raus. Wo immer ihr seid. So. Ah, das war's sehr schön. Oder? Ja. Oh. Wo immer ihr seid. Oof. Woop. 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 bullet time die sind tot ich bin sammler wissen sie was das zeug wert ist ich sag's ihnen kohle ist doch nichts dabei wir müssen hier irgendwie raus muss mir was überlegen ach der arme der arme winnie kochlin nein ich will kein lots und ladies sehen wir müssen irgendwie über den balkon rauskommen das ist der einzige weg gehen sie da raus und sagen sie dafür dass die luft rein ist ich soll wieder dafür sorgen was für ein zufall ja ja sei mal ruhig da hinten auf die plätze und eine stange mit einer kugel drauf auf die andere seite die löser dachten sie könnten uns umgehen von hier aus kommen wir raus ihr loser los los da oben Schieß! Geh auf, verdammt! Schuss jetzt! Tu mir das nicht an! Komm schon! Oh man, geh zu! Geh zu! Warum tust du mir das an? Verzeih für den Raum! Warum hast du mich? Geh zu! Ich geh hier auf der Rampe schnell! Heben Sie mich hoch! Durch das Loch kommen wir raus! Bringen Sie mich hier raus! Ich brauch erstmal ein bisschen Stoff und dann kann ich da weiterhelfen. So. Duh! Scheißer! Scheißer! Oh Scheißer! Wir sind draußen! Mein Lagen ist da vorn! Pain! Verdammt! Wir sind draußen! We have done it! We have done it! Yeah! Ich hab die Schnauze! Ich mach Deckung, Payne! Erledigen Sie sie! Und ich mach die Schnauze! Ich hab die Schnauze! Ich hab die Schnauze! Ich hab die Schnauze eingehlen! Ich hab die Schnauze! Super Ben! Max, mein teurer Freund. Waffe fallen lassen oder die Bombe geht hoch. In meinem Kopf tickte eine Bombe, die kein Schmerzmittel entschärfen konnte. Vlad und seine Männer gingen, nachdem sie mit mir und Winnie fertig waren. Ich weiß nicht, wieso Mona plötzlich auftauchte. Ich kann nur spekulieren. Es war klar, dass sie hinter Vlad her war.